Er hat seinen Mast angeknabbert. Genau, ich nimm's ab jetzt auf. Okay, passt. 4 Piraten gestern und 3 today, Foxy. Cool. Echt cool, ja. Und wieder eben klang mit dem Bildschirm. Perfekt, wer ist der Gegner? Navy Bricks Niagara, das ist ja fast die niedrige. Holy shit. Aber trotzdem genügend Schiffe. Ihr seid in La Vega, was brennt denn da an? Brennt da was an? 33% Hustility hat unsere Nation schon. Oh, sehr gut. Was habt ihr denn für Schiffe? Ich fahr ne Belohner, hab ne Ingarmalein dabei und Sweet Neko fährt ne Surprise, glaube ich. Ne Surprise. Ah ja, okay, gut. Dann werde ich mich mal... Gut, ich kling mich dann um. Wo seid ihr in etwa? Was für eine Höhe? Äh, zwischen Makao und Aquadilla, ein bisschen nördlicher. Aber daneben hab ich... Such mal da Missionen in der Region. Am besten 135er oder 152er. Ich glaube, ich bin zu weit runtergegangen, weil das nur kleine Schiffe sind. Ja, 135, also 152er wird für Neko zu heftig. Da sind dann... In welchen Hagen hast du genommen? Er wird 118 oder so. Ja, eins unter Kapitän, glaube ich, hab ich genommen. Oder Kapitän? Ähm. Weißt du, es fahr ich nur Second-Leutnant-Rawki. Ja, du musst dich mal langsam große Geschifte gewöhnen, junger Mann. Das ist ja das Problem. Äh, ich hab schon Premium-Leutnant probiert, aber ähm... Ja, klar, so ein Gefecht überliebt. Ja, die AI kann schon, wenn du das alleine machst, ähm... Dann magst du keine Fleet-Mission, sondern eins gegen eins. Genau, eins gegen eins. Ein Offizier muss ja auch noch umskillen. Jetzt fahren sie links und rechts von mir vorbei, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Kannst du in beide Richtungen schießen? Ja, sofern das mal Pizzi zulässt. Ja, er hat es zulässt. Gerade so noch, ja. Ja, das ist ja. Das war's für heute. Bist du gerade auf mich geschossen? Nee, das war eine Navy-Brick, die schreckt, wo mir ist. Eine sinnvolle Mission bisher und die anderen sind zu weit weg. Aber das reicht ja erstmal. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich hab seinen Bruder erwischt. Perfekt. 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 Ich hab schon gedacht, ich stehe hier allein. Ja, ich bin schon auf See. Ja, wegen Skid, oder? Ja, wegen Skid, ja. Ja, der Wind ist nicht gerade toll, aber... Vielleicht kannst du ihm helfen. Ich versuch mal hinzukommen. Ich bin jetzt hier bei der Mission. Ich logge mich mal aus und warte einfach auf TS, ob ihr soweit seid. Und wie meinst du? Ich logge mich auf See aus bei einer Mission. Und warte, bis Martin und Nico mit ihrer Mission fertig sind. Und dass wir dann zusammenkommen können. Okay, ja. Die fahren schon, die sind schon bei einer Mission, die sind schon drin. Und bevor ich hier dumm rumliege, logge ich mich einfach aus hier auf See. Diese Bots auf eigener Seite machen einen fertig, ey. Die fahren dir immer vor die Knarre. Mhm. Man kann ihn nur irgendwie benutzen. Aber wie... Ja, Schildschild kannst du ja verwenden. Ich komme da nicht mehr ran, der ist... Ich bin bei weit weg von La Mona. Ich werde jetzt nur einzelne Piraten-Beloner. Wo seid ihr denn überhaupt? Bei La Mona, La Vega. So. 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 Was hast du denn? Äh, um die Niagara herumzuschießen. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Okay, die zwei saufen ab. Was hast du denn? 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 Was hast du denn ein Bot irgendwas? Ich habe nämlich ein Schiff gekapert. Ich glaube, du musst ein Befehl geben. Du drückst den M und dann hast du links die Buttons zur Verfügung. Ich habe ein Hold Fire gedrückt. Dann hält er das Feuer. Stimmt der Destroy and follow me in Freemode. 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 Kann man denn da schon wieder in der Region hochtreiben? Ist da wieder soweit? Navigern! Ja Ich finde, das geht dann hier eh nicht und der fragt auch nicht mehr, also furchtbar Kommunikation ist, die werde auch neu hier Ich glaube, er weiß nicht, wo er ist Perfekt Schiff fährt Wir haben einen zusätzlichen Erzieher Jo Der hat 99 Mann gehabt Nur die zwei richtigen Handgriffe und ich habe ihn eingenommen Ist doch gut, dann kannst du ja kapern Der weigert sich auch runter zu gehen Ja, weil er keine Leid mehr hat Ja, weil er keine Leid mehr hat Ja Sind da dicke Schiffen oder mittlere? Also ich sickle eine Bellona und habe eine Ingerman Land dabei Aber Nico hat eine Surprise, also irgendwo dazwischen bewegen Und? Und? Landsberg? Oh, wir haben gewonnen Ja Come on Ich bin doch beim reparieren Achso, man sollte auch die Leute abziehen Scheiße, das hätte ich auch machen können Egal Ja Da hast du Safety Gisskilled Nein, habe ich nicht Nein, nein Dann lohnt es sich nicht Dann tust du dir in der Open World mehr reparieren Aber mit Safety hast du den ersten Repair umsonst Also du hast ja für Hülle und für die Segel Hast du jeweils ein Repair in der Battle Und das verbraucht dann jeweils ein Repair Kit, das du dabei hast halt für das Schiff Und wenn du Safety hast, dann wird das nicht verbraucht Hallo, Unbekannter Nummer 5 Hallo, Unbekannter Nummer 5 Hallo? Wer ist denn da jetzt gekommen? Keine Ahnung Äh, wir haben hier einen Äh, Geobladnir Geobladnir ist da Geobladnir ist da Aber ich höre ihn nicht We can't hear you, es geht Guten Abend, meine Herren Sorry about that Hallo Ich kann't help you Now I lost my Officer Oh So you are already gone We are searching for you here Me with the guy So you are not Cannot be saved anymore? No I This Dutch I am so I had my Indianman zu Die Die von � hat